So, und da sind wir schon wieder. Alter, was sind das denn für Grafikbugs heute? Wo war mein Scheiß? Da. Was? Hast du mich gerade Scheiß genannt? Nein, ich hab gerade meinen Angriff gesucht, weil mich die Scheiß Spinne attackiert hat. Warte mal, kann ich dich angreifen? Ich hab doch nicht dich gemeint. Weiß man nicht. Ja, ich weiß das schon. Ganz erfährt sich, wenn der Tag lang ist. Du ja auch. Ja, ich hab aber nicht, äh, ne? Hab ich auch nicht zu dir, ne? Ja, du kannst aber vieles behaupten. Ja, du ja auch. Ja, aber da ich das ja nicht gesagt hab, kann ich es ja auch nicht behaupten. Ja, siehst du, da fehlen einem die Worte, ne? Weik, weib. Weik. Weik. Schweig still. Weik. 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 Okay, kleine Erdspiders. Kommt alle in den Topf. In den Topf. In den Topf. Ja. Brauchst du noch Pilze? Ich brauch immer Pilze. Kommt drauf an, was drin ist. Was brauchst du denn genau für welche? Das seh ich dann, wenn's... Okay. Oh, diese ewigen... Brauchst du den gewöhnlichen Pilz? Auf jeden Fall sind einfach ein Giftpilz. Okay, ne, der ist ja nicht. Hier ist nur ein gewöhnlicher Pilz. Und... Den Rest müssen wir hier nachgucken. Du, du, du. Ja, den gewöhnlichen Pilz brauche ich. Den gewöhnlichen und den einfachen Giftpilz. Boah, ich hatte diese wiederholbare Aufgabe, ne? So minimal nervig gerade. Aber nur minimal. Nur minimal. Und nervig. Hm. Hier sind große, böse Viecher. Eine kleine, böse Viecher. Oh, die bohe hier tatsächlich auch was ich jetzt gerade. Echt? Hm. Fünf Grabfüchse, äh, sechs Grabfüchse und vier Reisetaschen. Cool. Ah. Ja, kann ich dich gleich hinbringen. Ja, ja, mach erst mal deins zu Ende. Och, das dauert ja leider. Das sind ja hier alles Wiederholbare. Wie oft habe ich diese jetzt Speilern, äh, Speilern, jetzt, äh, äh, ich bin halt schon getötet. Bütet tausendmal. Geh weg. Alter, Hoop. Oder Hopf, oder wie auch immer. Hoop. Hoop. Hooptingensbummenskirchen aus FF13. Achso, ja, ja. Das Weichei. Ja, oder würdest du mir sagen, dass der Mumm in den Knochen hat? Nein. Siehste. Was, Böschchen. Wupptidu. Wupptidu. Kuckuckucku. Das auch. Das ist im Schuh. Gut. Kannst du das nicht? Nein. Aschenbrödel. Also Aschenbrödel. Achso. Ja, wo die sich da die Füße da massakrieren. Oder verstümmeln oder... Stummel, Fummel, wie auch immer. Was denkt ihr denn, ihr kleinen Grabfüchse? Die und deiner Gruppe wird eine erhöhte Droprate gewährt. Okay, und wieso das? Ich meine, ich weiß jetzt, warum ich sie kriege, aber warum kriege ich Kaya sie? So habe ich noch gar nicht mehr. Ich hatte. Hä? Ich hatte auch noch. Ich hatte noch diese beiden Symbole. Aber eben wurde mir hier vorne auf dem Bildschirm angezeigt, dir und deiner Gruppe wurde eine erhöhte Droprate gewährt. Jetzt, nicht in drei Stunden oder vor drei Stunden, sondern jetzt wurde sie dir gewährt. Jetzt wurde sie dir gewährt. Ja, ist aber nicht. Habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, sie steht aber nicht bei den Buffs drin. Achso. Na denn. Beziehungsweise doch, bei dir steht sie tatsächlich mit drin. Ihr erhöht die Itemdroprate um 150. Bei dir steht sie drin. Ja, bei mir steht sie bei dir drin. Und ich selber sehe es bei mir nicht. Ja, ich sehe es bei mir auch nicht. Ah, okay. Das gehört so. Weil unsere Itemleiste nur gewisse Slots anzeigen kann. Die zeigt dich alle Slots an. Okay. Das fällt dir nach 30 Stunden Spielzeit auf. Nö. Nach 60. Na so lang spielen wir noch nicht. Achso. Da. Dann will ich nicht mehr. Ist er in der Lage, sein eigenes Item aufzunehmen? Ja, ist er. Oh, erstaunlich. Ja, du nicht? Ja, doch. Na super. Aber ich denke mit nicht. Seit wann? Wer führt die Gruppe an? Du oder ich? Ja, du kennst das Spiel ja auch. Du willst voll. Wenn ich die Gruppe anführe, dann wären wir immer noch im Ruhm. Na gut. Diese Ecke hier bin ich erst das zweite Mal, seit ich das Spiel spiele. Echt? Ja. Mit dir bin ich jetzt erst das zweite Mal hier. So weit war ich vorher noch nie. Außer mit meinem einen Charakter Level 60. Aber das war das erste Mal. Du hast zig Charaktere und warst hier noch nie so oft. Nein, weil ich immer nur bis Level 20 oder 30 gemacht habe. Weil mir für den Turm immer eine Gruppe gefehlt hat. Ach so. Deswegen habe ich für das Level, da ist, genau, immer für das Level länger gebraucht. Deswegen habe ich das Spiel irgendwann nicht mehr gespielt, weil ich einfach keine Gruppe hatte. Ja. So, und da ich dich ja jetzt genötigt habe. Ja. Schön, dass du es nochmal erwähnst. Ich erwähne das überall. So, noch zwei Grabfüchse, dann habe ich es. Oh, Pils. Ein paar Pilze kann ich dann auch noch geben. Ist das nicht schön? Ja. Sammel mal deine Items auf. Die Reisentasche brauche ich nicht mehr. Ah, gut. Ich bin nur noch ein einzigen Grabfuchs und dann ist das erledigt. Ach, hier so ein paar Schriftformen kann ich immer gebrochen. Wenn du sie mitgehst. Hallo! Alter, ich bin hier noch am durchgucken. Das war nur eine älteren, Mann. Alter, nimmt er mir hier mal Sachen weg, ey. Ja, nun. Ey, die bücher Älster. Wer füllt denn die Gruppe an? Schock hat selber gesagt. Ja, ich. Und wer klaut? Ja. In der eigenen Gruppe du. Ja, ich? Ja, die Bifelzer, sag ich ja. Ja, macht ja nichts. Alter, was? Du stellst dich ja an, wegen einer älteren Schriftrolle. Willst du sie wieder haben? Nee, jetzt ist sie ja verschmutzt. Besudelt. Ach so, also willst du die Pilze auch nicht. Ja, gut. Denn ich habe da kein Problem mit. So, bist du fertig mit deinen Grabfüchsen, oder? Ja. Ah, schön. Jo. Und wie läuft es bei Ihnen? Okay. Was denn? Alter. Was willst du denn? Voll in the face. Oh Gott, wie süß. Warte kurz, warte kurz. Du stehst gerade. Oh, ey. Nimmst du das mal bitte eben dann? Danke. Mach Spaß. Ja, irgendwie schon. Oh, das gibt wieder Klatsche bei Hederingeru. Uah, Feuerbibi. Juhu, juhu, hüpf, hüpf. Du wirst, egal. Das kannst du eigentlich. Wieso, was denn? Müsst du dich jetzt wegen dem paar HP-Beschwerden? Ich habe dich ja gerade gehalten. Da hast du dich ja schon gehalten. Du bist ja aber schuld. Ich habe mich nicht gehalten. Hä? Ich habe mich nicht gehalten. Okay. Nehmen wir mal so hin. Ich habe zumindest nicht bewusst drauf gedrückt. Wenn, war es unbewusst. Aber ich meine, ich habe nichts getan. Ich meine, ich war ganz lieb. Ja. Gesundheit. Ich trinke mich. Achso. Ist aber... Gesundheit. Die ist schon verloren. Achso, war es nicht. Doch. Komm schon, ich bin so kurz vor Level 42. Ja, ich habe gleich Level 42. Gut, ne? Mhm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mhm. Sehr gut. Ich habe mir noch etwas, was ich abgeben könnte. Ja. Ist mein Inventar schon wieder voll? Nee. Warum bin ich denn nicht aufgestiegen? Uff. Ja. Jetzt bist du aufgestiegen. Ja. Ja. Jippie, jay, jay. Sozusagen. Nee, das will ich nicht. Ja, das will ich haben. Ähm. Hä? Ja, Mensch. Wie viele Level habe ich geschafft? Zwei, ne? Ich glaube, ja. Ja, ich auch. Passt doch. Wie weit bist du vom nächsten Level entfernt? Ich bin gerade erst aufgestiegen, also... Ah, okay. Ah, ich gehe hier falsch. Entschuldigung. Nicht schlimm. Du führst die Gruppe an. Ich verteu dir davon auch ganz. Oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Du läufst mir ja schon von Anfang an hinterher. Ja. Ruhig. Auf Shrid und Trid. Ich werde blöd. Ich kann's ja auch lassen. Ich werf dich dann dem Endboss zum Fraß vor. Er verlangt dir übrigens Menschenopfer. Ja, und ich bin Schneemann. Das ist nur ein Kostüm. Nein. Meint der der junge Padawan. Das hat ich gleich, ey. Er ein Meister bist du nicht. Ja. Und du nur hier. Und dann Herr der Ringe. Nein. Da bist du die Mutti. Ja. Und was ist die Mutti? Die Herr... Herr und Meisterin. Nee, nee. Eigentlich müsste sie fürsorglich und so sein. Ich bin fürsorglich, indem ich den nicht einfach bei Bingo buffen lasse. Ich glaube, ich bin einfach nur adoptiert und verarsche mich die ganze Zeit. Nein. Nein. Schön wäre es, wenn du adoptiert wärst. Ja, finde ich auch geil. Dann könnte ich wenigstens sagen, boah, nett, hier fühle ich mich nicht mehr. Ja, aber kannst du nicht. Nee, leider. Wir sehen uns zu ähnlich. Ja, bitte. Mensch. Ach ja. Ach ja. Wie ist das? Ist das lebendig schön. Ja. Was gibt es Besseres als Imptaschen sammeln? Genau. Keine Imptaschen sammeln. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach einem einzigen Scheiße. Nach einem einzigen Scheiße. Und hast du das eine Scheiße gefunden? Ja. Ah. Gut, dann brauchst du jetzt keine Scheiße mehr. Sehr schön. Ich habe das eine Scheiße gefunden. Ich hoffe, wir sind stark genug, um das eine Scheiße zu besiegen. Da man sich nach dieser einen Scheiße, wo man mit dem Hund raus kann. Wo ist denn die Scheiße, die wir suchen? Irgendwo hier links. Äh, warte mal. Ah, hier. Kurieren. Ich hoffe, es funktioniert. Nö. Nö. Ja, ich kann es erst. Ich muss gucken dann die Tage mal. Nach mal zu diesen... Nö. Hast du es schon besiegt? Nö. Noch nicht. Fast. Also fast, aber... Du musst mich dann in der Zeit, äh, heilen. Ja, ja. So sehr heilen, wie du mich noch nie in deinem Leben geheilt hast. Oh Gott, so schwer? Jo. Beim letzten Mal hatte ich, äh, Hilfe von einer Stufe Sechzigerin. Ne, 70 oder 80. Das kannst du hier jetzt nicht vergleichen, ne? Wow. Hey, geh weg. Ich bin schon erledigt. Wenn du mir sagst, um wen es geht, dann... Robo. Okay. Würdest du erst die beiden anderen vielleicht platt machen? Ja, ich fühlte ihn gerade eh nicht. Dafür... geht mein Charakter halt immer zu nah ran. Welchem Level ist denn dieser Robo? 39, aber ist, äh... Ja, ich weiß nicht, so was wie ein Elite. Ah, okay. Sporen, das Monster steht hier nur. Aber er ist halt... Er dauert lange. Sagen wir es so. Und es ist halt einfach nur nervig, den zu machen, wenn man sich nicht... die ganze Zeit durchgehend teilen kann. Ja, das stimmt. Wir sind hier Gott sei Dank auch an einer Stelle, wo nicht so viele spawnen. Mit den anderen Monstern. Also wie gesagt, schwer ist er an sich nicht. Das dauert nur Ewigkeit. Ging jetzt eigentlich, fand ich. Ja, weil du mich auch gehalten hast. Ja. Ja, stell dir das mal vor, wenn, äh, ich niemanden habe, der mich heilt währenddessen. Ja, das ist schlecht. Und dann noch die ganzen anderen, äh, Gegner wieder spawnen. Das ist noch schlechter. Ja. Ja. Das ist, äh, mehr als scheiße. So, dann bitte einmal nach Eldrin, bitte. Ja. Damit wir in Sicherheit sind. Achso, ja stimmt, wir müssen ja gleich noch Bilder machen. Ja. Aber dann würde ich sagen, beenden wir hier erst mal den Part. Jo. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.